Musik 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 Und jetzt die Leiter Boah, ja Musik All diese Orte wurden auf alten Ruinen errichtet Schon Nice Gratis Kammer des Gerichts gemeistert Zwei von drei Teile gefunden Handfeuerwaffe Ah Also kriegen wir hier auch wie in manchen Kisten halt so Teile Genau, ja Okay Weil sonst nichts besonderes oder so Schade Na ja, dann gehen wir mal zurück Verlassen über diesen Ort wieder Und werden mal unsere Freunde befreien Und ähm Wie hieß der Grim, wa? Oder? Dieser Alte da Das war doch der Schiffskoch, genau Den müssen wir Suchen Oder folgen So So Jetzt erstmal hier wieder durch die Höhle laufen Und hoffen, dass hier keine Feinde auf uns treffen So Auch nach vorne level Sonstolperst du und dann flitzt du sehr tief Karte aktualisiert Weiß ich jetzt auch nicht warum Weil wir das jetzt geschafft haben oder was Gut Na dann können wir ja weiterlaufen Sofern hier nichts mehr ist Ah Da läuft schon die Kiste Und da Achso Das ist das da Okay Oh Und da ist schon wieder so'n Ding Womit wir eigentlich nichts anfangen können Aber Aus Prinzip Einfach mal Weg damit So Und das Buch Oder das Dokument Das war jetzt äh Oder die Schatulle, genau Die ist hier Ein zeremonielles Trinkgefäß aus der Song Dynastie Ein wunderschönes Stück Oh ja Sehr schön Dann Kann man was reinpacken Super So Kleinigkeiten So Irgendwas besonderes hier wieder Ist keine Fälschung Ist auf jeden Fall echt Aber sonst hat Lever nichts dazu zu sagen Na okay So Weiter Was gibt's denn hier noch so Schönes Da Ist ein Dokument Einundzwanzigster Januar 1997 Die Truppenstärke der Solari, meiner Krieger der Sonne, ist inzwischen beachtlich Und ich weiß nun alles nötige, um meine Pläne weiter zu verfolgen Es ist Zeit für uns, Land einwärts zu ziehen Wir werden unsere Stadt oben in den Bergen errichten, rund um den alten Palast Dort können wir uns gegen die Univächter schützen Und ich komme schnell zu allen Punkten der Insel Jeder, der hierher kommt, muss gefangen genommen werden Ich weiß jetzt, was ich suche Den Schlüssel, um von hier zu entkommen Und vielleicht noch viel, viel mehr Es mag Jahre dauern Aber ich werde sie finden Hm Was will der? Welcher Schlüssel? Was ist der Schlüssel? Was? Wieso ist mir das gerade eingefallen? Man könnte mal die Solari googeln Ob davon irgendwas gibt's Kann ja sein Man weiß ja nicht Hm Ich habe gerade Schaden bekommen So, wo ist das Schwein? Das will ich mir holen Mit der Schrot am besten, weil von den Munitionen haben wir am meisten So, Schweinchen Grund sei mal Los, komm Ist hier noch irgendwas in der Ecke? Nein So, richtig praktisch eigentlich, dass man hier durch Häuser gucken kann So, wie da wieder Oh, hoho Ähm Nur die Frage ist, wie komme ich jetzt da hin? Oh, glaube ich mal, oder? Moment Und Hüpf! Ah, da ist ein Zaun Jetzt erst gesehen Na gut Na gut Oh, und da ist noch ein Korb Ah Ob wir die Geocast auch durch Häuser sehen können? Weiß ich nicht Weiß ich nicht I So Jetzt sind wir wieder hier oben Und auch noch ein paar Kisten, die werde ich mitnehmen Oh Und das Zoo kann natürlich nur da hinten auch noch holen Bevor wir hier dann weitergehen So, und da gehts wieder runter, das möchte ich nicht Geh mal hier hoch Ah, genau Ja, das hier brauchen wir übrigens auch noch Die letzte Aufnahme hätte ich das fast vergessen Zwei von vier Ist aber noch weiter hoch Was ist hier oben? Oh Ich verstehe nicht, warum wir davon so viel hier sind Wir brauchen doch schon lange keine mehr Hallo? So Runter mit dir Okay Jetzt, äh, machen wir mal Folgendes Und zwar, äh Oh Will ich Zünder sammeln? Genau Werde ich mal Ach ne, nee, das brummere ich nicht Nee, ich lass mich so riskant wieder Bevor ich wieder sterbe, geh ich hier außen rum So, und schnell rüber So, wie komm ich denn jetzt da hin? Hallo? Hier irgendwie Da Da Dieser Inro gehörte wahrscheinlich einem höheren Militär und enthielt offizielle Befehle und Siegel Okay Was ist das? Das ist so ein Japanischer Krieger, ja Mit so einer Waffe Ich weiß gar nicht wie die heißen Ja, mehr ist sie nicht Okay Mission und wir können wieder rausgehen Ein paar Pfeile, ja So, war's das? Hier oben ist noch was Bestimmt Ganz sicher Ganz sicher Nee, muss ich auch nicht Okay, dann können wir eigentlich Weiter, wa? Ja erstmal weiter, wenn noch was fehlt, dann können wir nochmal später zurückgehen Jetzt muss ich erstmal hier die Kisten aufklettern Und ein bisschen abwarten, weil wir müssen jetzt da drüben ankommen Ja Jo Schade, dass ich mich nicht hinsetzen kann Und die Aussicht ein bisschen genießen Das ist eine Menge Sprengkanister Das glaubt man, die werden jetzt bestimmt zum Einsatz kommen Das ist eine Menge Sprengkanister Achja Achja, ich sollte nicht zu viel Munition damit verwalern What? Ja Brenne und fall runter Komm, fall runter Ja Hui Weg ist er So, die nächsten werden sicher gleich kommen Wieso leuchtet denn das rot? Wieso leuchtet denn das rot? Okay, brennt jetzt die Barrikade da ab Okay, da kommen jetzt keine mehr Ich geh mal runter Und jetzt kommen wieder welche Natürlich Ja Autsch Den hab ich erwischt So, bevor wir jetzt wieder rüberkommen Ich mach mal kurz hier was Dass es hier nicht mehr Stört oder so Die ganzen Bevor wir die abkriegen hier Mach ich die kaputt Oh Gott Oh Gott Ja Ja Dann Als ob Du Non Wunschst Aus Wunschst Die Die Punktgenau, die werfen können. Unglaublich. Weg mit dir. So. Da ist doch einer. Und da ist auch noch einer. Alter. So. Das war's. Die Waffe weg. Oder ihr Freund ist tot. Nein, verdammt du's nicht. Okay. Okay. Das macht mir nichts, Mann, denn ich bin aus Glasgow. Tritt sie den Abgrund runter. Niner. Oh, shit. Und da hat Grimm ein Abgrund. Ich muss zu den Palast. Palast, Palast, welcher Palast, der da oben? Ja, da ist Grimm weg vom Fenster. Der hat auf jeden Fall ein bisschen Mut gehabt. Also, ja, ein bisschen ist gut. Aber nun ist er nicht mehr unter uns. Schade. So, dann nehme ich mal die ganzen Leute aus hier. Wieso steht das jetzt still? Wo ist es kaputt gegangen da? Naja. So, wie komme ich denn jetzt da rüber? Hier. Was sei denn? Kann ich nehmen. Die ganzen Leute sind bestimmt alle unten. Ich kann jetzt kaum welche einsammeln. Bis auf die drei. So. Geht noch. Nein. Gut.